Oh, Mert. Auch gut, wir haben neun Tore geschossen, sechs davon mit Vorlage. Man kann sagen, was man will, jeder von denen hat eine Parade gemacht. Ja. Also, Partei der Ufen? Boah, das Ding ist scheiße. Und diese drei Paraden, das sind dann die Dinge, wo wir keine Vorlage haben, weil die blöden Deppen nochmal dazwischen waren. Und das für ein Stadion, das ist neu. Nö, wirst du, das gibt's doch schon immer. Ja, das waren, glaube ich, im Rank nicht drin. Ach so, ja. Und auch nicht aus der Arena, oder? Es war immer nur ein Dunk-Tadion so, ohne Texturen, oder? Ja, die haben doch alles irgendwann nochmal ein bisschen neuer gemacht. Ach so, ach nee, jetzt weiß ich, was du meinst, jetzt ziehe ich die Tore erst. Stimmt, ich hab das von Weitem gar nicht gesehen. Ach du Scheiße, nicht stimmt, die sind echt neu. Ach du Kacke, das ist ja total verwirrend. Da ist ja Platz hinterm Tor. Ja. Ja. Huch! Was ist denn da passiert? Oh, da ist sogar Boost hinterm Tor. Das haben die für mich gemacht. Ja. Für den boostlosen Torwart. Ah, du. Du kriegst jetzt auch ein Tor, drum springt das auch mit. Das hast du ja nicht gegeben. Ah, Scheiße. Nicht gut. Sehr gut. Fuck. Snyder! Nicht gut, sehr gut. Verwerflich. Ja, ich hätt'n gehabt. Der Box-Handschuh war scheiße. Da war ich schon aufm Weg und dann... Dann sowas. Dann kam... Kato. Die Map ist new, die Map ist new, that is the clue. Oh, den hat er schön vorgelegt. New Scaramanca. Ja. Oh, durchziehen! Joah! Ich war dran! Ja. Aber auch nice, dass da hinten bleibt, aber halt keiner war irgendwie gerade. Oh. Das ist aber alles klar. Die Abmessen sind halt echt komplett anders. Ja, ich bin dran. Ich bin aber hinten dran. Ja, und jetzt rein das Ding! Boah! Nein! Boah! Nein! Boah! Da komm' ich nicht mehr dran. Ich hab' keinen Boost mehr. Ach, schade. Da hab' ich ihn so knapp verfehlt. Oh, wie mies! Wir hätten eben so ein besserer Kampf um mich werden, weil es 9-1 gewährt ist. Ach, Quatsch. Das war alles gut. Es waren ja auch nur Noobs. Wir haben das erste Spiel auch erst mal zurückgelegen. Ja. 3-0 sogar. Damals? Im Vor-Spiel? Hm. An die Karte muss man sich halt echt erstmal gewöhnen. Da funktioniert halt so mein klassisches Bandenpass-Spiel immer so gar nicht. Hm. Boah. Ja, Vorlagen sind echt schwer, ne? Boah. Ja, Vorlagen sind echt schwer, ne? Danke. So. Kommt da leider dran. Die verstehen zumindest was von ihrem Spiel. Ja. Vorsicht! B-Kull! Bigger Oak! Das gibt's doch nicht! Oh, nice! Nice! Gut gerettet! Und komm! Ja, fahr! Atme! Ich hab auch's gebraucht! Ich nimm den! Ich kann Atme, aber... Ach so! Dann nehm ihn! Jetzt! Ich zieh 3! Oh, das gibt's doch nicht! Und jetzt natürlich keiner hinten. Keine Chance! Ich bin kein Atmer! Wauw! Alter! Gerade in dem Moment das Eis neu bekommen! Ich hab's nicht was du mir gerade sagen! Ich bin kein Atmer! Ich wollte schon Marcel sagen! Ich war total verwirrt! Ja, sind sie dann! Ich bin kein Atmer! Nein! Ah, dann ist da noch einer! Das gibt's doch nicht, ey! Einmal Spikes, zweimal Pinöpel gleichzeitig! Und ich hab schon gewusst, dass der Pinöpel hat, weil da schon alles im Tor stand! Boah! Was? Hm! Hm! Hm? Tsch! Nein! Schlafte Richtung! Ok! Ja, leider wieder verschwendet, aber... Musste halt. Sorry. Servus. Jetzt lasst mir doch mal den Ball hier! Ja, wieso? Wieso? Ja, jetzt hab ich keinen Boost mehr, weil ich euch die ganze Zeit in der Herrasen muss und mir schlecht den Ball vor der Nase wegschubst. Ich bin nicht gegengelernt, du kannst ruhig sagen, dass du Dings hast. Aber verrascht euch! Nein, da wird ein Geist! Das gibt's doch nicht! Ich habe Spickes! Ich bin! Ich bin nicht der, wer der Ball ist! Nein, so! Oder? Ja! Nein! Oh, das kann echt nicht wahr sein! Oh, die Map ist ja echt! Ja! Der eine! Ja! Oh, der hat mir auch ein bisschen Hütze und wir haben gerade einen Kreis reingefahren. Hm. Okay, das Spiel, Leute! War das oder wird jetzt? Wird jetzt! Wird jetzt! Okay, gut! Ja, die Map war... Die muss ich, glaub ich, echt mal trainieren, da... Die hebelt mein gesamtes normales Spielsystem aus. Departement! Die war voll! 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 somit meine Ahnung! Danke, Kenneth! Gerne! Nicht atmer! So, das ist die Map wieder, schön, die mögen wir schon seit langer Zeit, nicht? Der Guy mit dem Mikro-Panis! Da ist er, da ist er! Ach du Kacke! Ich steh im Rand, bop da! Ah, fuck! Na den Aufbusch! Aber da hat man macht's! Der Guy mit dem Shit! Da war ich zu spät! Aber es hat ihn irritiert, das hab ich gewusst! Also ich mein, er wollte BigDick schreiben! Dick, drei Buchstaben, Dick, vier! Ja, er wollte BigDick! Na ja, so wie er es schreibt, klingt nach Mikro-Panis! Sind auch sehr kleine Sternchen, die er benutzt hat! Ja, wär's jetzt ein Hashtag, würde ich sagen! Oha! Da weiß einer, was er hat! Ein Mikro-Hashtag? Oha! Hihiihihi! Middle! Middle-Hashtag! Au! Aua! Bin unser ein! Boi! 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 Ja, von dir. Ich bin gegenwärt geboren. Nein! Wer ist ja daneben? Hahahaha! Saubacke! Wollt er mit seiner Power-Faust in mein Tor reinfahren und mich wegsprengen? Habe ich kurz vorher selbst die Power-Faust aktiviert, war er weg. Schön! Na Gott, eskaliert das plötzlich. Der Falle nie von dem Tor. Ja, mein Gott! Nein, damit... Alle vorm Tor und der Fall auch. Boah! Was für knappe Scheiße! Ich hätte gerne noch Kicker sich gesehen. Aber sicher deklinierend. Nein! Danke! Oh, Alter! Nein! Zu mir! Zu mir! Nimm mich! Schade! Oh, nein! Schade! Gut genommen! Gut, die Verarbeitung war blöd! Aber gut genommen! Ja, wo ich jetzt fährt... Was passiert hier? Gerade nicht sehr viel! Wir pippen! Arsch! Lauf mit Bauch! Lauf mit Bauch! Ja, Mann! Boah! Da haben die schon wieder Eis! Fickt euch doch mit eurem Kack Eis! Jetzt! Inne! Ja! Nice! Sehr gut! Ich hab sogar noch die Faust gehabt! Auf der Sekunde, wo wir es gelöst haben... Ich dachte... Wenn die ein bisschen schräg kommt... Falle ich dir wieder vor! Ach Gott! Ich weiß doch auch nicht, warum die alle weg sind... In dem Moment wird er gelöst! Waren wir alle weg? Alle weg! Alle Römer weg! Oh! Sie werden aggressiv! Die Gaga! Die Gaga! Ja, Gaga sind sie glaube ich auch! Viele Ölme! Ja, bin ich unbeeindruckt! Wieso? Wie soll denn denn hingehen? Eine Galle! Du bist mein Stiefel, Masafakoff! Hm? Tschüss, Big Dick Rick! Ah! Hat mal diese überzönte Gewalt! Mist! Die Polaroos! Fuck! Es ist so cool, nicht zu schön! Dieser Typ mit dem dicken Penis da! Auch nirgends Nebel gelangt! Audi! Jürgen! Ah! Ich muss schon mal in der Bremse. Ich muss sogar wieder versuchen! Ist das schon mal ein bisschen enorm? Fortschritts! Lass diese in der Bremse! Gibt es nicht? Und dann bist du schon mal in der Bremse! Und da, 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 da war ich dabei. Hat der den Schuss gemacht? Vielleicht. Ne, der hat den Schuss nicht gehört. Also ich bin im Gegner so ein Tor, aber der Fall ist weg. Der kommt wieder. Der ist unterwegs. Naja, falscher. Was wäre drin? Wir hatten ihn jetzt gehalten noch. Die Arbeit im Team ist einmal nicht so nach ihm zusammen. Der eine wollte noch einen haben, der andere wollte noch raus haben. Oh, gefährlich. Oh, gut. Aber ich meinte Martin. Ja. Nein, fuck. Zu weit weggefahren. Kann ich jetzt sehen? Ja. 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 Boah, was ist denn Konto? Schau dir an wie der Baum ist. Ah, du? Zack. Boah. Abgenommen. Ich ging wie Spider-Man an der Wand. Da, das war! Mach da leider. Ich bin mit dem ja nur dran. hat sich verfahren so mit muss der roll habe ich die vorher noch geil da wir wissen gehalte ab erst geboxt und dann stand ich einfach wie ihr band stand vor und gelöst gut gelöst sehr gut gelöst er hat gelöst völlig losgelöst von sein erben lebt der reiche kraft und kann sterben das war zu fest tschuldigung ja er muss gut kommen er muss gut kommen er muss noch mal nach oben und noch mal hoch und jetzt ja schade ob diese alle drei truppe rumstehen ich war schon wieder der beste ruckett pass gelassen aufstieg fufzen oh er macht nicht ehrlich henne bester man Krassere Typ, du sagst schon die ganze Zeit, du krassere Typ hier. Ich dachte mal, ey, dann hab ich mal gewohnt, also das. Beides ist selber, du bist doch. So. Artmeh, wie siehst du das Ausstiegen des Händes jetzt an dieser Spielsituation? Oh, das lässt ja auch. Auf einerseits ist es ja traurig, aber andererseits öffnet es ja auch andere Möglichkeiten. Boah, das ist gemein. Oder die gleichen wie vorher, nur dann, ach, du bist ja draus gegangen. Ach, sind wir rausgegangen? Ja, wir diskutieren das gleiche mal, alle Ruhe aus. Aber erst verabschieden wir noch in aller Ehre und Kürze. Tschüss. Es war mir eine Ehre für sie und mit ihnen dienen zu dürfen. Es war mir eine Ehre, mir gedient zu haben. Trotzdem, wenn es Kurzeinsatz ist. Es war schön, dass du da warst. Noch schöner wär's, wenn du jetzt gehst, aber... Ja, kurz und knapp, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020